Hallo und herzlich willkommen bei Norbert und Christine's Wohnmotors. Wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Heute nehmen wir euch mit nach Enkirch, zeigen euch etwas von der Gegend und einen sehr schönen Stellplatz. Bei der Anreise sind wir über Starkenburg gekommen und haben dort eine wunderschöne Aussicht auf die Mosel genossen. Da bekommt man schon einen kleinen Eindruck davon, was einen erwartet. Der Stellplatz ist auch mit großen Wohnmobilen sehr gut anzufahren. Es gibt eine freie Platzwahl und wenn man Glück hat, bekommt man auch noch ein Plätzchen in der ersten Reihe. Wir waren dafür etwas zu spät dran, aber schaut erst mal, wie schön die Gegend ist. Es gibt auch Stromsäulen, sodass man schauen muss, wo man sich hinstellt, wenn man gerne Strom nutzen will. Direkt an der Mosel vorne in der ersten Reihe knubbelt es sich ein bisschen, aber ansonsten hat man jede Menge Platz. Das ist ein spannungsonderes Spiel Ich bin glaube, dass Herr Pakt. Untertitelung. BR 2018 Der Stellplatz hat alles, was man braucht. Es gibt eine Ver- und Entsorgung, es gibt eine Mülltrennung. Das ist alles im hinteren Bereich. Und im vorderen Bereich gibt es auch noch einen Weinautomat, Toiletten, Duschen. Also es ist alles da, was man braucht. Und keine fünf Minuten entfernt kann man auch sehr gut essen. Das Wetter hat sich angeboten, schöne Drohnenaufnahmen zu machen. Also hat Norbert das Teil nochmal in die Luft gejagt. Untertitelung. BR 2018 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 Das ist die Touristinformation mit einer kleinen Bücherei. Und im hinteren Bereich findet man die Toiletten und die Duschen für den Campingplatz. Und der Weinstand steht natürlich auch gleich griffbereit. Untertitelung. BR 2018 Wir haben unsere Drahtesel gesattelt und sind noch eine Runde um die Mosel gefahren. Die Tour wurde wesentlich länger als geplant, da eine Fähre nicht gefahren ist. Untertitelung. BR 2018 Leider haben wir diesen Sehtest nicht bestanden und mussten gezwungenermaßen ein Weinchen trinken. Untertitelung. BR 2018 An der Schleuse haben wir etwas länger gestanden und Rast gemacht. und haben uns mal in aller Ruhe angeschaut, wie das Ganze so funktioniert. Die Schleuse habt ihr vorher mit Sicherheit im Film schon gesehen. Deine Fähre. Wenn wir diesen Umweg nicht gefahren sind, mussten wir einen Umweg fahren, der nicht eingeplant war. Aber manchmal sind das ja die schönsten. Wären wir diesen Umweg nicht gefahren, hätten wir diese kleine Straußwirtschaft mit dem tollen Garten nicht gefunden. Wir sehen uns auf der Schleuse. Dann sehen wir uns auf der Schleuse. Wir sehen uns auf der Schleuse. Bis zum nächsten Mal. Der Ort ist fuhlsläufig in drei, vier Minuten erreichbar und so haben wir abends noch einen schönen Spaziergang gemacht. Auch hier hatten wir nochmal einen schönen Überraschungsmoment. Wir haben noch ein kostenloses Konzert erleben dürfen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Der Ort ist fuhlsläufig in drei, vier Minuten erreichbar und so haben wir abends noch einen schönen Überraschungsmoment. Um meinen Geburtstag mit uns zu feiern, sind auch Lucy und Susanne angereist. Geburtstagsgeschenke haben mich sogar aus Güstrow erreicht. Vielen Dank, Doreen. Es hat mich sehr, 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 sehr gefreut. Dass man in einem kleinen Lokal so gut essen kann. Bis zum nächsten Mal. Leider war es nicht so warm, wie es ausgesehen hat, sonst hätten wir draußen im Biergarten gesessen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.